ja hallo youtuber und brieftraum freunde und wer sonst auf meinem kanal zuschaut heute habe ich mal eine traurige mitteilung ich bin von jürgen böncher aus branche fv branche dann ist wohl bei osnabrück bin ich gefragt worden ob ich mal einen kleinen clip machen könnte für mein youtube channel es geht um eine spendenaktion für die aktion heißt auktion für enkel leo acht monate und die versteuerung soll sein am 22 2 2021 20 und die wird stattfinden bei taum minus taum also taum minus versteigerung punkt.de und das ist ein auktionshaus und der junge hat dem ist schon das linke auge entfernt worden und da hatte jetzt ein glasauge und das andere auge ist auch vom krebs befallen und wird nur mit einer chemo behandelt wo die dann immer von dort oben nach essen müssen und die krankenkassen die zahlen auch nicht alles und ja und da haben sich ähnliche sportsfreunde die auktion ist ja schon angelaufen und da sind auch schon unmengen an gutscheine gespendet worden aber wie gesagt der jürgen jürgen bötcher der kennt den gut und hat mich wie gesagt gefragt ob ich da auch noch mal einspringen könnte und ja ich werde da also jetzt wie gesagt was zusammenschnipseln und ich hoffe der ein oder andere der ist so gut und beteiligt sich daran ja also in dem sinne ich habe auch einen gutschein gegeben und da haben wir also eine chance dass man auch vielleicht ein bisschen besser in der öffentlichkeit wahrnimmt also erst mein vorfeld dankeschön und wie gesagt gesundheit ist ja das wichtigste vor allen dingen jetzt in der zeit mit dem corona weiß ja auch keiner wie das ausgeht also erst mein vorfeld dankeschön für alle die sich beteiligen hallo sportsfreunde heute zeige ich euch mein neues shirt von der firma rönfried welches ich gewonnen habe vielen dank nochmal dafür an alfred und an fredeik aber das ist nicht der hauptgrund weswegen ich hier heute vor der kamera sitze ich möchte euch einmal aufmerksam machen auf die anstehende gutschein versteigerung zugunsten des 800er alten an krebs erkranken leo diese findet ihr unter www.tauben-versteigerung.de zeigt herz und gewissen meldet euch da rechtzeitig an und haut ordentlich in die tasten das ist für einen guten zweck und wenn euch dieser kanal hier gefällt dann drückt einmal auf daumen hoch und abonniert den achim seinen kanal if you like this channel please give a thumbs up and don't forget to subscribe this channel thank you very much bye ja hallo sports freunde aufgrund dieser situation mit dem leon die uns eigentlich doch ein bisschen berührt bitten wir euch halt um spenden nicht nur tauben es kann auch geld gespendet werden und wir als organisationsteam von dem freien wettbewerb willingen die wir es im letzten jahr zum ersten mal veranstaltet haben haben uns überlegt dieses jahr wieder zu machen was sie sowieso wollten und würden ganz gerne wenn es von corona her geht ein festamt machen und haben uns überlegt dieses geld was auf dem festabend zusammenkommt nur die unkosten von zu bezahlen und alles andere wird an die und gespendet dieses findet diesmal ende september statt da es im oktober viel zu spät war auch da würden wir uns freuen an rege beteiligung und es ist alles für einen guten zweck und nicht für unsere taschen danke hierfür und die Untertitelung des ZDF, 2020